Hey Leute, in diesem Video für das erste Mal, wie man eigentlich so eine Hauptleitungs-Abzweig-Klemme anschließen und somit natürlich auch die Abzweig-Klemme richtig verdrahten kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. In meinem Fall habe ich einen Unterverteiler, eine Zuleitung mit 5x16mm², das Ganze habe ich in einem extra Video übrigens auch schon abisoliert und hier unten noch ein FI-Schalter. Und damit man das Ganze jetzt auch ordentlich miteinander sicher und vor allem auch komfortabel verbinden kann, kann ich jedem auf jeden Fall nur so eine spezielle Hauptleitungs-Abzweig-Klemme empfehlen. Wichtig ist, bevor wir irgendwelche Arbeiten hier beginnen, unbedingt die 5 Sicherheitsregeln für Strom einhalten. Das sind natürlich auch spezielle Videos an dieser Stelle auf jeden Fall sinnvoller und wenn das Ganze spannungsfrei ist, dann können wir natürlich auch schon weitermachen. Da meine Hauptleitung von oben kommt, möchte ich natürlich auch relativ nah meine Hauptleitungs-Abzweig-Klemme hinmachen. Ich könnte das Ganze aber natürlich auch auf die untere Schiene geben, wenn meine Hauptleitung zum Beispiel von unten reinkommt. Und hierfür müssen wir einfach mal das Ganze von oben etwas schräg ansetzen und dann können wir es nämlich auch schon nach unten ganz einfacher auf der Hutschiene festklipsen. Bei meinem Modell haben wir pro Klemme zwei Anschlüsse mit einem maximalen Querschnitt von 25mm² und zwei Anschlüsse mit einem Anschluss von 16mm². Wichtig ist, das Ganze darf natürlich nicht größer sein, aber wenn der Querschnitt wie in meinem Fall zum Beispiel mit 16mm² etwas kleiner ist als diese 25mm², dann ist das auch kein Problem und wir können mit gutem Gewissen diese Leitung auch schon einfach hineingeben. Falls es bei dir übrigens nicht einfach hineingeht, dann müssen wir hier vorne die Schrauben am besten mal noch etwas gegen den Uhrzeigersinn lösen und dann sollte es auf jeden Fall klappen. Die einzelnen Leiter habe ich übrigens auf 18mm abisoliert, dass wirklich auch beide Schrauben hier ordentlich anpacken. Und falls du jetzt auch recht viel Platz in deinem Verteiler hast, dann kannst du natürlich mit den Leitern gerne auch noch so eine kleine Schlaufe bilden und somit eine Reserve im Notfall haben. Wenn es dann aber passt, dann können wir mal schauen, dass wir unsere Leiter natürlich Stück für Stück in die entsprechenden Klemmen hineinbekommen. Sobald alle unsere Leiter drin sind, sollten wir mal am besten mit einer Hand von oben das Ganze mal nach unten drücken, dass natürlich die Leiter auch ganz drinnen sind. Falls man mit der Hand nicht gut hinkommt, dann natürlich auch gerne mal noch eine Spitzzange zur Hand nehmen, das Ganze etwas nach unten drücken und wir können auch schon dementsprechend unsere zwei Schrauben mal ordentlich anziehen. Laut Hersteller sollten wir übrigens die großen Anschlüsse mit 2,5 Nm und die kleinen Anschlüsse mit 2 Nm anziehen und wenn das passt, dann können wir natürlich auch schon dementsprechend das Ganze weiter verdrahten. Ich verwende hierfür eine 10mm² feindrähtige Leitung, das ist wirklich super geeignet für solche Verteiler und ich kann das Ganze jetzt entweder von oben in meiner Klemme anschließen oder natürlich auch die zwei Anschlüsse hier unten drunter nehmen. Wichtig ist nur, wir müssen bei so einer feindrähtigen Leitung unbedingt Ader-Endhülsen verwenden. Hierfür gibt es zwei verschiedenen Längen, zum einen mal die 12mm Variante und die längere 18mm Variante. Ich denke, du kannst recht gut sehen, die kurze Variante, die ragt gerade so noch in die zweite Schraube hier oben hinein und wenn wir Pech haben und die zweite Schraube anziehen, dann wird einfach diese Ader-Endhülse bzw. unser Leiter nicht richtig erwischt. Deswegen bei den Klemmen unbedingt die längere Variante nehmen und falls du übrigens gleich zwei Leiter auf einmal anschließen möchtest, dann gibt es auch noch solche speziellen Twin-Ader-Endhülsen. Ich isoliere die Leitung erstmal mit einer passenden Abisolierzange auf genau 18mm ab, gebe meine Ader-Endhülse ganz drauf und kann sie mit der Grimmzange und natürlich auch der passenden Größe einmal schon grimpen. Bei dieser Länge muss man übrigens auf der gesamten Länge zweimal grimmen, da sonst natürlich der vordere Teil nicht richtig mit verbunden wäre. Auch hier bitte unbedingt darauf achten, dass unsere Ader-Endhülse mal ganz drinnen ist und dann sollten wir die auch mit der einen Hand nach oben drücken, dass die nicht irgendwie wieder nach unten rausfallen kann. Und bei unserer kleineren Klemmvariante, da können wir wie gesagt jetzt auch zwei Newtonmeter aufbringen. Und zum Schluss würde ich dir auch empfehlen, dass du auf jeden Fall mal an der Leitung hier unten noch ziehst, dass diese wirklich fest sitzen. Somit haben wir auch schon unsere Hauptleitungsabzweiklemme richtig und vor allem auch sicher verdrahtet. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens auch eine Hauptleitungsabzweiklemme in den verschiedensten Varianten, Ader-Endhülsen, eine Abisolierzange für große Querschnitte oder natürlich auch so eine Grimmzange hier zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.